Mehr Nachmänner! Blut für die Blutwurst und Knochen für die Suppe! Ach komm, die zwei Krüppel-Bubis da, die dürfen doch mal nach Hause gehen. Hat Krüppel-Bubi gesagt, es war nicht böse gemeint. Huch, ich muss meine Maus ein bisschen unempfindlicher einstellen. Dass die Spiele da auch immer so unterschiedlich sind, das klappt da als man nicht. Weil bei manchen da muss man es hochdrehen ohne Ende, die Mausempfindlichkeiten. Bei anderen läuft das alles einwandfrei. Fast schon direkt kompatibel, als hätten sie sich abgesprochen. Och Bones, du hättest mir den letzten Schlag lassen können. Du bist so ein Arsch. So ein Arsch bist du! Scheiß Schatten, scheiß Bones, der mir nicht den letzten Schlag lässt. Jetzt bin ich beleidigt, so. Wie ging denn hier nochmal Quick Save? Ah, auf F5, okay. Gut, ich weiß es noch. Der hat ganz schön bleiche Arschbacken, aber wo ist seine Waffe hin? Ich will die bleiche Arschbacken-Waffe doch mit nach Hause nehmen und verkaufen. Drecksack. War wahrscheinlich ein Magier, verliert sowas nicht, he? Aber du, ein Schatten-Zepter immerhin. Und ein schwarzes Herz. Ja, ähm. Hat mich jetzt irgendwie gar nicht von den Socken gehauen, aber... Was will man auch erwarten? Wir sind halt hochgelevelt wie Sau. Ja, und ich hab mir da Gedanken gemacht. Ach, permanent Tränke und so. Ich mein, es gibt immer noch ein paar Skills, die wir nicht haben, die ich eigentlich nicht schlecht fände. Aber ich, ich glaub wirklich, so wie wir gelevelt sind und so viel Tränke und so, wie wir dabei haben. Also, Tränke rum und Bloody Mary und so, ne? Wir brauchen da keine Angst zu haben. Ich glaub, so dolle schrecklich wird das Endgame dann auch nicht werden. Und das Schlimmste bisher, das war ja wirklich Margolot, weil die halt ständig Verstärkung gekriegt hat. Das war einfach eine riesen Ausdauerrunde und die Alte hat sich ja dann ständig immer noch geheilt. Und dann wollte sie einen Tee mit uns trinken, tja. Ich dachte erst mal, das wär ein Secret hier, aber ist es wohl nicht. Hm. Ja, aber ich bin jetzt mal gespannt, wo das hinführt. Wir hatten ja, ich zeig's grad nochmal auf der Karte. Hier war ja so ein Schattenlager und das haben wir ja jetzt eigentlich komplett ausgeräumt. Da sammeln wir jetzt eigentlich nur noch die Überreste ein, beziehungsweise gehen hier durch. Ich seh zwei Schattengule und sonst. Ja, nur das, was man auch auf einer Deponie erwarten würde. Ja, kommt er hier hoch? Der kommt hier hoch, wow. Aber gleich geht er auch wieder runter. Ähm, ihr seht, perfekte KI von Bones. Naja, da legst du die nieder, ne? Zwenebäum. Ja, ähm, ich will heute noch etwas Wurst dörren. Und wo kriegt man sie her, richtig? Man zieht sie einem Goul aus dem Gedärm. Leckere Gedärmwurst. Dreimal durch den Fleischwolf gedreht und im Naturdarm. Ja, wollte er sich jetzt bestimmt einen Pfund kaufen, ne? Aber keine Chance, weil wir machen ja aus ihm die Wurst und, äh, er kann sie nicht von uns kaufen. Der hat doch eh kein Geld, der Penner. Der lebt doch bestimmt von Ghoul 4. Uh, uh, mal wieder so ein Würmchen und ein Schattenportal. Jetzt weiß ich nicht, wenn wir das Schattenportal schließen, geht dann das Endgame los oder immer noch nicht? Aus deiner Haut mach ich nicht. Ja, kämpfen wir erst mal. Ich hab ja schnell gespeichert. Hoppala. Konnten die schon immer Feuer spucken? Ich hab's voll verdrängt. Warum hab ich den Geschmack von Blut im Mund? Ah, wegen der Blutwurst. Und was war denn das? Gat, also. Dreht sich weg und dann lässt er sich in den Rücken springen? Boah. Die konnten das doch nicht immer, oder? Hier so dieses Feuergespucks. Ich könnte mich zumindest nicht dran erinnern. Ah, du Blindschleiche mit Flügeln gehst nach Hause. Du hast bestimmt auch bei deinem Abgastest gecheatet. Ein VW, äh, keine Ahnung, Lindwurm. Der neue VW Lindwurm mit, äh, als Nulltürer mit Öko-Cut. Na? Gibt's hier noch was? Auch hier hättet ihr was für mich verstecken können. Ich bin doch so ein alter, ja, Secret-Sucher und so. Oh, die Kamera dreht durch. Es tut mir leid. Es tut mir sehr leid. Äp, jp, irgendwas läuft hier gerade nicht rund. Tja. Doch, hat was vom Originalschauplatz von Deponia. Okay, also hier vorne will ich auch nochmal gucken, was da ist. Da konnte ich ja nicht hochklettern. Ich hatte zumindest nicht den Eindruck. Da sind wir runtergekommen, genau. Da liegt der tote Ghul. Oh, was frisst denn hier schon wieder so viel Leistung? Werde ich mir vielleicht doch eine GTX 1070 holen? Hm, ich glaube, da unten, das ist ungesund. Da könnte man einen so drüberhängen und dann seine Nüsse dünsten. Aber ja, äh, Bones? Ist das eine freiwillige Meldung? Okay, Bones sagt nix. Gut. Er hätte sich doch aber jetzt echt mal für euch Zuschauer in Szene setzen können. Hm. Und nun? Schauen wir hier nochmal über den Tellerrand. Ja, das ist alles nur Lavaabfluss, so wie es hier aussieht. Hoffentlich hat keiner... Doch, hoffentlich hat jemand den Stopfen gezogen, sonst läuft die Höhle voll. Soll ich da rüber können? Das sieht man eigentlich aus. Man könnte einen Secret hinsetzen, aber ich glaube, ich soll nicht da hin. Doch, ich soll da hin! Wow, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Was? Schädelbecher. Okay. Messer und sonst nix. Mir fehlt ja irgendwie immer noch der Griff für eine Waffe und so. Und wie komme ich da jetzt wieder rüber? Hm, Papageienflug, ne? Weil das, ähm, ja, das war doof. Das war sehr doof. So. Ja, ich glaube, ohne Papageienflug geht das nicht. Gut, ich bleib hier. Du bist ein alter Depp, Bones. Komm doch mit. Immer meinem Bürzel nach. Meinem wunderschönen blauen Papageienbürzel. Ja, aber nicht wieder den Bombenabwurf, Joke. Den hatten wir schon. Bones? Bones? Kommst du? Schneller, schneller, schneller. Jawohl. Bones hat es geschafft. Okay, also da gab es ja nix. Puh, da würde ich jetzt fast gerne nochmal speichern, bevor wir das zerstören. Können wir es zerstören? Ja, vielleicht kommt ja nochmal was raus. Äh, so. Haben wir denn noch andere Aufgaben auf Kalator übrig? Die Leuchtfeuer. Ja, das sollten wir am Drake sagen. Aber das war's dann schon. Dann haben wir es doch bald, ne? Ja, Geisterritual. Äh, haben wir ja doch eigentlich alles gemacht, ne? Die Aufzeichnungen haben wir gefunden. Daran erinnere ich mich. Das war's letzte Mal. Und Eldrick wird uns ja eh helfen. Und Allianz mit der Inquisition. Ja, keine Ahnung, was mit Sebastiano ist. Vielleicht taucht er auf, wenn wir hier dann soweit fertig sind. Also, ich glaube, wir nähern uns wirklich jetzt dem Endgame. Das könnte heute die letzte Aufnahmesitzung sein. Nun, frohen Mutes, zerstören wir das Portal. Die Kraft Jesus Christi bezwingt dich. Ach, was erzähl ich denn für ein Blödsinn? Die Kraft des Joghurts bezwingt dich. Da, 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 da. Wenn wir noch eins übersehen haben, wüsste ich nicht, wo. Das hört sich gut an. Gut, konzentrieren wir uns jetzt ganz auf unsere restlichen Aufgaben. Ist ja nicht so, als hätten wir nichts mehr zu tun. Wird es nicht mal wieder Zeit, deine Crew zu inspizieren? Okay. Ja, machen wir gleich. Ich will hier aber jetzt nochmal gucken. Ja, das sieht so weit in Ordnung aus. Ja, gäbe es dann hier überhaupt noch was zu tun? Hier in der Ecke waren wir ja durch, ne? Und da hinten, das ist ja alt. Also, hier... Ich würde sagen, dann können wir dahin zurück teleportieren. Und können mal mit den Dämonenjägern sprechen. Hoffentlich steht Drake da irgendwo dabei. Dass wir auch das Quest mit ihm erledigen können. War das ein Stück Lava-Flocken, das da hergeflogen ist oder was? Oder sollen das doch Motten sein oder so? Ich weiß es nicht. Die Dämonenjäger, die warten doch hier, ne? Jawohl. Jetzt gucken wir, ist da ein Drake dabei? Da ist Mason, Porter, Eldrick, Winter, Cyril, Fan. Aber kein Drake. Muss ich dann doch nochmal zurück hier in die Zitadelle? Ja, tatsächlich. Da wird er noch angezeigt. Okay. Weil wir machen das ja schön nach Reihenfolge. Wir sind ja ganz, ganz liebe, saubere Jungs. Wir haben ja gar nichts auf dem Cap-Holz. Hey Henrik, pass mal auf, wie du hier so rumfuchtelst. Du könntest aus Versehen jemanden beschneiden oder Schlimmeres. Lagerfeuer, Lagerfeuer. Ach, da ist er. Hey Drake! Ich habe das grüne Feuer im Leuchtturm entzündet. Es hat ganz gut gebrutzelbumst. Ich habe das grüne Feuer im Abkurm angezündet. Immer dieser Bones. Du hast mir einen großen Gefallen getan. Was möchtest du als Belohnung? Ähm. Warum hast du dieselbe Stimme wie Bozo? Aber nicht dieselbe Haarbracht. Das sehe ich doch genau. Tja, Silberzunge, aber 120 haben wir, glaube ich, nicht, ne? Ich bin noch nicht gut geworden. Nee, komm, dann geht aufs Haus, weil wegen Menschlichkeit und so. Wirklich? Du hast einen sehr edlen Geist. Wahrscheinlich ist die Erfahrung, die du auf dieser Reise gewonnen hast, mehr wert als alles Gold der Welt. Danke dir vielmals. Der Weg ist das Ziel. Ach Bones, lass doch diese Scheiße. Ah. Irgendwie hier, das sieht so aus wie so Metastasen, so kleine. Naja, okay. Was kannst du uns beibringen? Was kannst du mir beibringen? Was möchtest du wissen? Ich müsste ja noch einmal eine letzte Runde machen und alles lernen, was halt geht und so. So gut bin ich auch nicht. Ja, das haben wir nämlich noch nicht gesteigert. Armbrüste, Meister, Meister, Magier, Kampf, Magier. Magie benutze ich ja so gut wie gar nicht. Medikus. Das könnte natürlich gehen. Ich bin noch nicht gut genug. Okay, das ist auch nicht. Ja, okay. Okay, kaputt. Gut, 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 gut. Ja, ich würde gerne eigentlich nochmal ein bisschen Ruhmpunkte irgendwie farmen, damit wir alles nochmal ein bisschen höher bringen könnten. Okay, Leute, ich sag euch, was wir machen. Ich speichere hier nochmal zwischen und dann geister ich nochmal allein ein bisschen umher, gucke, ob ich noch ein paar Monster finde, damit ich noch ein bisschen Ruhm einheißen kann. Weil ich habe wirklich die Befürchtung, dass wenn wir jetzt mit Eldrick sprechen, dass sich die Sache dann hat. Und wenn ich zwischendurch noch irgendwas Interessantes finden sollte, lasse ich euch daran natürlich teilhaben und schneide das auch wieder ins Video mit rein. Nehme das dann also auch wieder auf. Und wenn nicht, sehen wir uns wieder hier beziehungsweise bei Eldrick. Also dann, bis gleich. So, Leute, ich bin jetzt hier nochmal auf Taranis. Ich war schon vorher auf ein paar Inseln, habe sogar noch ein bisschen Ruhm abgreifen können, wie ihr hier vielleicht seht. Also wir nähen uns 20.000. Und dann habe ich hier diese Fußspuren gesehen. Was ist das? Ach, ein Schneckenhaus. Und die führen hier hoch. Und da oben war ich scheinbar noch nicht. Deswegen würde ich sagen, das nehme ich jetzt gerade nochmal schnell mit euch zusammen auf. Da ist eine Ente. Rohes Fleisch. Käse. Eine Truhe. Da wird doch nicht für so eine Waffe ein Teil drin sein. Ne, war ja auch gar nicht abgeschlossen. Da kann das ja nicht sein. Aber wessen Lager ist das jetzt hier? Ich meine, hier ist ein Schädel. Vielleicht hat er ja schon das Zeitliche gesegnet. Dann kämen wir etwas zu spät. Aber es wundert mich, dass wir da vorbeigerannt sind. Ja, und was soll ich sagen? Auf der Nebelinsel zum Beispiel war gar nichts los. Auf Takarigua konnte ich doch einiges abfarmen. Also das war sehr ergiebig dort. Aha, hier geht es immer weiter. Ein Gürteltier. Ja, Gürteltiere und Schildkröten und so habe ich leben lassen. Auch die Truthähne. Da war ich mal weiterhin freundlich. Aber Takarigua, wirklich, da gab es einiges an Schattengefieße und so. Und auf der anderen Insel, wie hieß sie nochmal? Jetzt muss ich hier nochmal drauf gucken. Ich will auf die Weltkarte hier. Genau. Ja, auf der Krabbenküste, an der Krabbenküste war auch nichts los. Auf der Insel der Diebe war nichts los, weil DLC-Content wahrscheinlich. Jetzt verbleiben halt noch ein paar weitere Inseln, die ich mir jetzt noch genauer angucken will. Wie hier zum Beispiel. Ja, hier haben wir noch ein bisschen Gold. Okay. Wir müssen ja immerhin unsere Level auch bezahlen können. Ein Wurfmesser. War's das jetzt schon hier oben? Ich hätte ja jetzt damit gerechnet fast, dass wir noch jemanden treffen, mit dem wir irgendwie reden könnten. Aber nee, das war's wohl, Leute. Okay, dann würde ich mal sagen, dann mache ich hier wieder Aufnahme-Stop. Bis gleich. Ja, da hat er sich zu früh gefreut, der Osslpie. Ich bin noch gar nicht weit gelaufen. Also ihr erkennt die Gegend vielleicht noch. Und da unten in der Schlucht würde ich es fast nennen. Aua. Da liegt noch ein Toter und sein Gold. Also das finde ich doch recht praktisch, dass ich das jetzt noch gesehen habe. Das war eigentlich Zufall. Weil ich habe da oben gesehen, da laufen zwei Gürteltiere rum. Da habe ich die Kamera gedreht. Und dann sehe ich hier unten, ne? Da liegt ja noch was. Also Gürteltier saves the day. Dankeschön, es wurde uns vom Himmel gesandt. Oder aus irgendeiner anderen Dimension, die möglichst erstrebenswert erscheint. Das Nirvana-Gürteltier. Uh, 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 also, tja, haben sich hier drei irgendwie zu Tode gestürzt, ne? Ja, das kommt von dem ganzen Extremsport und so, ne? Und vom Basejumping. Dann hinterlässt man bestenfalls Krater. Tja, was ihr Pech ist, ist mein Glück, ne? Okay, aber ich sehe sonst keine Viecher da rumleuchten. Bones, geht's noch? Dankeschön. Ja, also, der ganze Strand scheint auch leer zu sein. Von daher wird diese kleine Insel nichts mehr bieten. Ich gucke mal noch ein bisschen hier über die Hauptinsel. Und ansonsten, ihr wisst ja, wir sehen uns, wenn was Wichtiges passiert, ne? Also, bis dann. Ciao. Hallo, liebe Freunde, willkommen zurück wieder einmal. Tja, mir ist eben aufgefallen, als ich zufällig auf das Bett geklickt habe. Es scheint uns wohl eine Vision oder einen Traum zu erwarten. Ich würde einfach mal sagen, das schauen wir uns an. Ja, der Gnom da hat so geklatscht, weil ich eine Pfeife geklaut habe, die da noch lag. So, jetzt frage ich mich, was könnte hier noch kommen? Irgendwas Ultra-Wichtiges oder nicht? Ist da, ja genau, da liegt wieder Seelenstaub rum. Die... Was? Das war's jetzt schon? Ne, Moment, das will ich, das will ich nochmal machen. Weil vielleicht ist auf der anderen Seite noch mehr Seelenstaub. Das, das, das könnt ihr doch nicht mit mir machen, da einfach kaum ein bisschen Traum drin. Kommt, Babelfisch. Also, dieses ekelhafte Flugdingsbumsi. Und schon bist du wieder raus, ne? Also, dafür habe ich nicht bezahlt. So, Seelenstaub. Seelenstaub, guck, da haben wir schon einen mehr. Seht ihr noch einen? Da ist noch einer, ne? Ist das keiner? Ah, ich habe erst das Falsche angeguckt, aber dann das Richtige gefunden. So, und jetzt wäre ich damit einverstanden, falls da zufällig solch ein Viech kommt. Ja! Legs mi do ramashel, du Blindschleiche mit Flügeln. So. Okay, das war's wohl. Dramatische Musik. Fade out. Okay. Ah, den wollte ich doch eigentlich auch noch zur Sau machen. Die Frage ist bloß, ob meine Fähigkeiten dafür reichen. Einschüchtern 100, weil da war doch ein Arsch. So, wie stehen wir denn bei Einschüchtern im Moment? Das ist unter Einfluss, ne? Soll ich? Soll ich? Ich würde sagen, wir sollen, ne? Deine Belohnung ist ein bisschen mickrig gewesen. Du kannst froh sein, dass ich dir überhaupt etwas gegeben habe. Nun, jemand anderes hätte an deiner Stelle sicher mehr abgedrückt. Ach ja? Noch habe ich hier aber das Sagen. Fragt sich nur, für wie lange? Du hast doch gar nicht die Beziehung, um hier auf dicke Hose zu machen. Ach, dann nimm dieses Gold und verzieh dich endlich. Ja, und kein Seelenabzug. Also der hier hat's wirklich verdient, ne? Kann er uns was beibringen? Wenn wir schon mal hier sind, dann guck ich mal. Bring mir etwas bei. Wenn du Gold hast, kann ich dir erklären. Ja, ja, einschüchtern, meistern. Das müsste gehen, oder? Ich bin noch nicht gut gelungen. Ach, ne, Einfluss 80 und wir haben, wie viel, wie viel? 75. Ja, komm, das ist es mir wert, weil da ist auch Silberzunge und so dabei. Dann haben wir das abgeschlossen. Das ist doch super. Bring mir bei, wie ich Leute besser einschüchtern kann. Gut. Du kannst jetzt andere genauso gut zusammenscheißen wie ich. Mehr kann ich dir nicht beibringen. Machst du auf dicke Hose und dann lässt du ein Ei aufs Fußpedal von deinem VW fallen und dann fährt er los. Ja. Noch ein Danke wirst du von mir nicht zu hören bekommen. Du auch nicht. Ja, gut, okay. Dann schneide ich hier mal wieder zum dritten, vierten, fünften Mal. Keine Ahnung, egal. Also dann, bis später, Leute. Tja, Leute, so wie es scheint, wird das hier wirklich die große Aufräumrunde. Ich kann bei Vega noch was sagen zu einem alten Quest. Ich würde sagen, das machen wir dann auch mal. Kevkir wird so schnell niemanden mehr beklauen. Homikloppa Kevkir? Sagen wir einfach, er hat seine Lektion gelernt. Miss Miller, dann weger keine Angst mehr, dass Kevkir stiehlt Glitzersteine. Homikloppa Kevkir? Puh, immer Hacker Hacker. Ja, das geht mir genauso, wenn ich cheaten will. Hahaha, der war gut. Okay, ich hoffe mal, oder ich glaube mal, dass das das für den Moment war. Ihr kennt die Geschichte. Bis später. So, liebe Leute, hier bin ich auch schon wieder einmal. Ich habe gerade bemerkt, da oben, da sind drei so komische Vögel und die haben sich eben kurz zuvor über diesen Gnom da hinten hergemacht. Und der hat wahrscheinlich noch was zu erzählen, weil der kommt mir unbekannt vor. Und deswegen würde ich sagen, machen wir das doch mal gemeinsam. Ja, Ossilpi, ein bisschen mit Skill kämpfen, dankeschön. Ich weiß, da oben ist noch ein Wildschwein, aber ich will jetzt wissen, was der Gnom hier macht. Zum Glück hatte ich da gerade gespeichert und konnte das nochmal laden, damit ich das jetzt mit euch nochmal genau durchgehen kann. Oh, noch ein Homie. Racker hat Angst. Ihr Homies verrückt. Ihr alle verrückt. Das kommt drauf an. Welchen hast denn du getroffen? Du darfst halt nicht im Bones und im Hawkins alles glauben. Ich bin nicht verrückt. Lass mich in Ruhe, Homie. Ich will nach Hause ins Tiefland, wo nur Gno leben. Dann geh doch da hin. Wo ist das Problem? Was machst du hier? Ich bin hier gekommen mit Brownie, aber Brownie hat Schaden gekriegt. Er macht mir Angst. Redet nur nach wirre Sachen. Racker befürchtet, dass Brownie hat zu viele Pilze in der Höhle gerochen. Oh. Racker möchte weg hier, aber Racker will seinen Homie nicht alleine lassen. Seinen Homie? Ist dein Homie dein Matar oder was? Ja, was wolltet ihr denn eigentlich in der Höhle? Gibt es da vielleicht einen Schatz oder so? Warum waren wir da noch nicht? Ich verstehe es nicht. Was wolltet ihr in der Höhle? Racker ist Gno von Brownie. Wir sollten holen Dingi von Hafen. Auf Rückweg ins Lager, meinte Brownie. Hey, lass uns gehen durch die Höhle. Plötzlich ist Brownie gestolpert. Beste Stimmen-Imitation. Oh, 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 oh. Den Rest kann ich mir denken, aber ich höre es mir trotzdem an. Erzähl weiter. Nachdem Brownie in Pilze gefallen ist, Racker wollte ihm helfen. Wow. Aber Brownie schreit Racker an. Geh weg, furchtbares Monster. Lass Racker in Ruhe. Racker kriegt Angst und geht aus Höhle raus. Racker war hin und her gerissen. Wollte Brownie nicht alleine lassen, aber auch Hilfe holen. Aber dann du gekommen. Ja, den müssen wir nur irgendwie von seinem Drogentrip wieder runterholen. Wo ist Brownie? Wo ist Brown? Ich habe Brownie in Höhle gelassen. Er hat mir so Angst gemacht, dass Racker zurückgegangen ist, aus Höhle raus. Mhm. Verstehe. Ich werde mal mit Brown reden. Ja, natürlich. Also ich bin mal gespannt. Wenn der immer noch auf dem Trip ist, dann brauchen wir vielleicht viel Silberzunge. Mal gucken, ob das was wird. Tja, aber jetzt muss wohl leider Brownie mein Cliffhanger sein. Den werden wir uns nämlich erst das nächste Mal angucken. Ich bin schon gespannt, wenn der in einen Haufen Pilze gefallen ist und sich dann sein Wesen ultra verändert hat. Dann gehe ich mal von einem heftigen, heftigen Drogentrip aus. Vielleicht was Schlimmeres, aber ich denke erst mal an Drogen. Ja, und dann wird sich auch zeigen, ob das vielleicht eine längere Sache ist. Vielleicht geht es da ja noch tiefer in den Berg hinein. Da lasse ich mich überraschen. Wenn nicht, kriegt ihr wieder einen dieser wunderbaren Schnitte geliefert, die ihr in dieser Folge öfter schon gesehen habt. Und ich bin mir auch noch sicher, dass irgendwo Sebastiano auftauchen wird. Und das ist vielleicht auch in der nächsten Folge zu sehen. Hoffen wir es mal, ne? Danke fürs Reinschauen. Ich hoffe, euch geht's gut. Macht's besser. Bis dann. Ja, man muss doch macht's besser sagen, weil nochmal macht's gut. Hinter, ich hoffe, euch geht's gut, ist doof, ne? Ja. 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 Vielen Dank.